Ahoi Kapitän und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Mal wieder mit einem kleinen Kisten Opening. Wir werden ein paar ARP Egeo Kisten, also die Blue Nova ARP Kisten öffnen und ihr seht die Schiffe habe ich schon im Hafen. Ich habe auch die Kapitäne von WG bekommen, da werde ich dann ein extra Video zu machen. Also die Schiffe kann ich schon mal nicht rausziehen, aber ich will trotzdem mit euch so ein kleines Kisten Opening machen. Wie gesagt, zu den Schiffen und zu den ARP Inhalten wird es dann nochmal extra ein Video geben. Hier seht ihr sie schon mal und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zu den Kisten und werden uns ein paar ARS Nova Kisten anschauen und wir legen mal los mit der ersten. Und da haben wir eine Auszeichnung, sehr schön, das kann ich immer gebrauchen. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Globale EP, sehr schön. Äh, 20.000 auch. Hola, die Waldfee, also da ist ordentlich was drin. 20.000 globale EP, das lohnt sich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer sich hier Kisten geholt hat. Äh, was ihr drin hattet. Habt ihr vielleicht ein Schiffchen rausgezogen. Sieben Tage Premium. Oh, nice. Sehr schön. Sehr schön. Das nehmen wir auch gerne mit. Dann haben wir hier 15 Beförderungsbefehle. Da freue ich mich immer wieder für meine ganzen Kapitäne. Ja, hier haben wir die Iona. Also ihr seht, die Kapitäne könnt ihr natürlich auch rausziehen. Ich habe sie natürlich schon. Sehr schön. Wie gesagt, zu den ganzen Kapitänen und Inhalten mache ich euch dann nochmal ein extra Video. Nochmal sieben Beförderungsbefehle. Sehr schön. Nehme ich gerne mit. Also, ich muss schon mal sagen, keine schlechten Kisten. Dann haben wir nochmal 20.000 globale EP. Also, wer hier ein bisschen auf globale EP aus ist. Äh, das lohnt sich tatsächlich. Jetzt schon zweimal 20.000. Also, 40.000 globale EP. Nicht schlecht. Und nochmal sieben Tage Premium. Also, auch schon 14 Tage Premium hier rausgezogen. Oh, nice. Also, keine schlechten Inhalte hier. Was wir hier haben. Nochmal sieben Beförderungsbefehle. Also, ich würde sagen, die Kisten lohnen sich dann doch schon. Nochmal eine universelle Auszeichnung. Ah, hier ist jetzt noch eine grüne Kiste dabei. Auch nochmal 2000 globale EP. Ja, hier haben wir die Kirishima. Da gucken wir mal weiter. Hier nochmal eine Auszeichnung. Nochmal eine Auszeichnung. Sehr schön. Nochmal sieben Beförderungsbefehle. Ja, die kann ich immer gebrauchen. Ja, hier haben wir nochmal 20.000 globale EP. Also, jetzt schon 60.000 globale EP hier rausgezogen. Also, das das lohnt sich richtig. Muss ich sagen. Hier, wer globale EP haben möchte. Und nochmal 20.000. Ja, nice. Sehr schön. Nochmal sieben Beförderungsbefehle. Und nochmal sieben Tage Premium-Spielzeit. Ja, also ich würde sagen, die Kisten haben sich gelohnt für mich. Hier ziehen wir nochmal eine Kapitänin raus. Und nochmal sieben Beförderungsbefehle. Also, abschließend kann ich sagen, gerade was globale EP betrifft. Hier hat sich das richtig gelohnt für mich. Also, das lohnt sich, wer auf globale EP aus ist, wer die Kapitänin haben möchte. Und vielleicht habt ihr ja sogar Glück und zieht ein Schiffchen raus hier. Könnt ihr ja gerne mal in die Kapitäne, in die Kommentare schreiben, was ihr aus den Kisten gezogen habt. Also, für mich hat es sich gelohnt, gerade was Premium-Spielzeit hier wieder und vor allen Dingen globale EP betrifft. Da hatte ich jetzt richtig Glück. und auch Beförderungsbefehle. Also, ich würde sagen, am Ende, Fazit, lohnen sich die Kisten? Ja, ich würde sogar sagen, dass die Inhalte hier, was ich jetzt hier rausgezogen habe, einen ganz guten Eindruck macht und sich lohnt. Gerade, wer hier auf globale EP aus ist, da scheint die Drop-Chance doch ganz gut zu sein. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr euch Kisten geholt? Und ja, das soll es an der Stelle gewesen sein mit dem kleinen Kisten-Opening. Wie gesagt, alles Weitere hier zu den Kapitäninnen und zu den Schiffen gibt es dann in einem extra Video. Also, bis dahin, euch immer eine Handbreitwasser unterm Kiel. Bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüssi!